Moin! Herzlich Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Let's Play LS16 Nordfriesische Marsch 4-fach-Map in der Version 1.9 ohne Gräben. Es ist sehr dunkel und meine Aufnahmesession fängt neu an. Daher müssen wir erst mal alles wieder auf Vordermann bringen. Ich muss erst mal mich hier wieder orientieren wo ich überhaupt bin und wäre hier auch total happy wenn dann hier irgendwann mal Das Saatgut hier rein laufen würde Aber dann sieht es mir im Moment nicht aus Ich bin hier echt zu doof dafür wahrscheinlich. Ich fahr noch einmal rum. Das kann ja nicht sein. Das war mal nichts. Das war erst recht nichts. Ja ihr müsst auch denken der ist doch vollkommen bekloppt hier. Ich kriege hier nichts auf die Reihe. Ich kriege nicht mal hier seine Sehmaschine beladen. Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht. Wo muss ich denn noch ganz hin? Könnt ihr mir das mal sagen? Oder ist der leer der andere? Das hätte ich ja gerade auch schon sehen können. Mann! Steht da unten auch 0% Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin auch doof. So. Feld 18 sehen. Wir müssen erst mal gucken wie weit wir gekommen sind. Das ist natürlich voll doof. Gerade jetzt wo es so dunkel ist, ist alles schon angesäht. Angesäht. Angesäht, angesäht. Feld 18 ist schon fertig. Vielleicht... Feld 18 ist fertig. Super Start, ne? Also beim Fernsehen würde man jetzt einen Cut machen und würde nochmal einen von vorne anfangen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Einmal mit Profis. Dann fangen wir rüber zu Feld 4. Wir machen da Hopfen. Wieder mal. Wie immer. Und hier. Sehen. Mit der Kurs an. Oh. Das ist klar. Das läuft. Der MB-Track geht hier an. Feld 14. So klar. Der steht bei Feld 10. Muss jetzt natürlich erstmal voll machen. So. Das ist klar. Ja. Das ist klar. Das ist klar. Den müssen wir jetzt einmal voll machen. Da kann ich hier auch echt lange suchen. Den können wir da gleich entfernen. Wir können erstmal die nächsten Maschinen hier wieder auf den Weg bringen. Heckschnitzel. Oh, da vorne ist auch schon wieder voll. Welt 21, da hat man auch noch Saatgut. Der aber nicht mehr. Jetzt müssen wir dann aber gleich erstmal... Oh, da ist es mal... Oh... Let's... Let's say... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sehe nichts Also es ist gar nicht so schlimm dunkel, aber hier bei mir im Raum ist es so hell und es spiegelt sich alles Ich muss gleich in der Pause erstmal die Jalousien runter machen Da müssen wir uns auch nochmal am Trigger arbeiten Ja, ich sehe nicht so schlimm Ja, ich sehe nicht so schlimm Okay, da müssen Sie ja da sein Feld 21 Ja, ich muss auch noch machen, ich weiß, mach ich doch Kommt alles Und 21 Nein Ich bin auf einem richtigen Randi auch gesteppt Sehr schön. Die müssen jetzt unbedingt zu hau rein. Ich fahre aber oben rum, weil ich dann eh oben da an dem Feld bei der Brücke stehen bleibe. Irgendwie fehlen mir hier noch Fahrzeuge. Feld 4 muss aufgefüllt werden, ist klar. Feld 13 muss auch gleich aufgefüllt werden. Da muss ich noch mit dem Fahrzeug dahin fahren. Yoh! Musik Oh, die Produktion macht es ganz gut hier Musik 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 Minimal zu sehen, ey. Oh, okay. Ja. Ach so. 13, ja, da habe ich noch mehr keine. Finden, und zwar wollte ich da... Und Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst das. Hinterlasse mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Kommt mich bei Facebook besuchen, kommt auf meiner Homepage vorbei. Guckt bei den Livestreams rein von der Hauptstadt. Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal wieder streamen. Das kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht irgendwann in den Ferien. Muss ich mal gucken. Kann ich aber nicht versprechen. Vielleicht aber auch erst, wenn ich aus den Ferien wieder da bin. Sprich Ende Juli. Auf meiner Homepage gibt es einen Stream-Kalender, wo schon mal drin steht, wann ein Stream geplant ist. Und wann definitiv kein Stream stattfinden wird. Wo ich also schon weiß, dass ich keine Zeit habe. Das ist dann auch schon eingetragen. Und da könnt ihr gerne mal vorbeikommen und euch das angucken. Und dann dementsprechend, wenn ich denn Zeit... Also wenn Streams drinstehen, dann würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr zu den Streams einschaltet. Ich lasse jetzt hier übrigens überall Licht an, an den Fahrzeugen. Damit man da ein bisschen besser was sehen kann vielleicht. Dann habe ich da jetzt vergessen, wo ich stehen geblieben war. Okay, da drüben. Ja, ich sage erstmal ciao.